ja akku fast leer war wieder typisch ja hallo schönen guten abend und willkommen zum neuen video heute mal wieder einen neuen aroma brauche ich sage check it best liquid aroma ja wie auch mal heute ist mal wieder was hier dran ist das cat club vanilla und sie haben es nennt sie haben einen offline shop geholt dass man mal empfohlen dachte ich mal das neue war zugeschlagen ja wer das nur empfohlen hat das ist auch die vertraulichkeit das ist jetzt mal recht gehabt ja wie gesagt davon gibt es drei sorten ich denke auch alle da ich denke nach und nach jetzt mal rein stellen wie gesagt und jetzt wollen wir mal testen wie der schmeckt das ist laut angabe sondern mal gucken vanille milch honig soll das gehen wollen wir sehen ob es mal wieder recht haben also sofort milch ja ja das ist mal so gut zusammen dafür immer papier das tröpfler das wird mal probieren der schmeckt also da muss ich kann man verkäufer ein großes lober sprechen ganz großen daumen hoch das ist genau meine richtung schöner wieder schöne süße vanille milch ja man hat noch im hintergrund ist ein schön holig geschmack war das richtig gut durchkommt das wohl nicht zum hintergrund aber vanille und milch stark im vordergrund das legt noch richtig großen dom hoch große sogar mit verkäufer da muss ich mal sagen der hat geschmack so gut teuer war das auch nicht gewesen ich weiß mal im internet das genauso teuer wie auch beim offline shop das muss ich zwar vorher nicht erst mal dachte kaufen und hat man nachgeschaut also die preis waren dieselben 7,90 kann es ungefähr hier ist nur 10 liter flasche drin so gewesen aroma man aufmacht und hier rein macht den rest mit der base auf kippt so erhält das gemacht das ist ja gar nicht mal könnte fast 100 da sein hier das ist eine 100er flasche oder 120 aroma waren in 10 liter flasche drin und sie haben weil ja hier ist eine schulisieren katze vorne drauf hat auch was aber gesagt geschmackig ist das ding richtig gut also da daumen hoch daumen hoch daumen hoch der schöne milch mag vanillemilch mit echten honig noten sowas wärmsten empfehlen das ist top also da geht nicht drüber aber das hat noch hundertprozentig nach bestellen dass wir jetzt schon ja und ich werde das mal probieren mit eisaroma nachzumexten mal gucken was da rauskommt bei honig gibts milch gibts von nille gibts also da kann man schon was zusammenbasteln so in die richtung geht ein bisschen pistazien mit rein da guck mal was ich so mache ja wie gesagt schönes aroma kann ich empfehlen ich weiß ja gut die großen da hoch so das war's mal wieder von mir heute ich will sagen wir sehen uns dann bald wieder wenn er zuschaltet immer danke fürs zuschalten wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne mal einen daumen hoch lassen ja und wer es noch nicht getan hat auch ein abo da lassen würde mich freuen das ist auch kostenlos ja daher so gesagt das war's von mir ich würde sagen bis dahin gut dann und auf wiedersehen das war's von mir und da ja ja na ja 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 Vielen Dank.